Musik Was Ihnen alles blüht, wenn Sie uns im Frühling besuchen? Wie warm wir Sie im Sommer begrüßen? Und wie reif wir geworden sind, wenn wir uns im Herbst wiedersehen? Das werden Sie sogleich spüren, wenn Sie bei uns Einzug halten. Musik Was dem Winzer der Welt gehabt, ist dem Sommer die Alpenfahrt. Von Null auf Tausend und das mit edlen Rössern. Musik Auf Schuss des Ratten geht es zwar etwas langsamer, aber nicht minder erlebnisreich. Musik Und spätestens dann, wenn Ihnen Bad Kleinkirchheim zu Füßen liegt, sind Sie im Herzen der Nockberge angekommen. Musik Unsere Maybrunn-Hütte bietet Eschenhof-Qualität und die Jause am Berg ist so köstlich und frisch wie die Bergluft. Musik Ob zu Fuß oder mit dem Mountainbike, die Nockberge geben sich wunderbar und erfrischend wasserreich. Ein wasserreiches Eldorado ist aber auch der Eschenhof selbst. Nach dem Baden geht es mit kühlem Köpfchen zur Tierrallye durch den Ort und jede Station hinterlässt wahrlich tiefe Eindrücke. Musik Für den einen liegt es auf dem Rücken der Pferde, für den anderen am grünen Rasen. Spätestens beim Golfen stellt es sich heraus, zum Glück gibt es den Eschenhof. Die Nase in den Wind stecken, die Ohren spitzen, die Augen schließen und sich den Geschmack des Urlaubs auf der Zunge zergehen lassen. So schön kann Urlaub sein. Wer hier war und zum Abschied noch einmal unseren Sinnesgarten durchstreift, nimmt eines ganz bestimmt mit nach Hause. Sehnsucht nach dem Eschenhof. Wir öffnen Ihnen gerne wieder Tür und Tor. Der Diheen Untertitelung des ZDF, 2020